Ja, das ist jetzt immer anders als mit dem Fußunterkehr, ne? Ach! Warte! Wir sind, 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 wir sind. Anfänger lassen sich gar nicht mal zum Hut ausmauen, aber er macht weiter so. Ja, Tim Verrück, was sagt der Chef? Der Chef der Sieb? Die Haube, 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 Haube! Ja, die Suppe, die haben ja leider einfach verloren heute schon. Ja, aber ich nicht zuh. Ich nicht zuh. Ja, ich glaube, wir hatten Druck vorbereitet. Der Kanal ist erst hinten. Ja, aber ich kriege wohl den Knoten nicht auf. Zu kurz? Das hättet ihr vorher ausprobieren sollen. So, wo habt ihr denn die Mirko? Haltet ihr noch die Augen zu? Da ist er, unser Junggeselle. Geht in der Kettireite hier aus Nachbardorf, der Mirko. Und schickt sie dir aus. Mirko, willst du vielleicht doch nicht mehr? Oder willst du trotzdem noch? Also das Problem mit der Toilette ist bei ihm erstmal gelöst. Ich weiß nicht, was haben Sie denn da auch noch ungewohnt? Ja, du hast den ganzen Tag heute gesagt, wir haben keine Toilette hier. Das ist doch jetzt logisch, ne? Ja, Mirko ist scheiße, wenn man so viele Freunde hat, ne? Da überlegt man auch wirklich, sind das wirklich Freunde, ne? Wer Freunde hat, hat auch keine Feinde. So, ja, ein Applaus. Es ist heute der letzte Tag, fast, in Junggesellenfreiheit. Und natürlich sind alle eingeladen zum Polterabend. Natürlich. Er findet im Dettelrad statt, am 7. und 8. Und die Band heißt Münchner Freiheit. Er lässt sich auch nichts... Ja, man lässt sich das mal was kosten, nicht sagen. Das ist doch schön. Das kostet ja nicht viel. Ja, aber das sieht gut aus. Und die Hälfte ist gesagt, wo ich den Mann, einer Klaus gewöhnt. Ja, sieht das gut aus. Ich 42. Ich mache die Hälfte, holgerle resurrected. Ihr yeux August sind ja ojos, wenn ihr keine Klaus ges 분들은. Ja, viele Frauen gemacht. Ja, alle Frauen Alexandria. Ja, die beiden. Ich 5, in doinール haben. Ja, die Klaus Там lacht den Hälften alsashankernes. Ich 5, in das такое? ja, die haben ja š монotantoge, Satelläßberg nieonym wirklich, sch educateusters 3, das ist ja taus было. Boah seit선, Ja, und wenn Sie was tun wollen, dann kaufen Sie doch ein paar Sachen ab. Er hat ungefähr 1000 Sachen. In Führung geht das Scheißbrau-Boot mit Ihren Anhängseln, gefolgt von der Borlinsel. Ja, die Sieg-Uhr-Vorrentz, die Apongale, Sonnenbrille. Regal-Mädchen, die, weiß ich nicht, die will das doch in Tierumschluss, aber das kann auch an der Sekt liegen, ich weiß es nicht. Zwei Mädchen schwimmen zu draußen und schieben von den Unterklafen. Die Schieb von dem? Die Schieb. Ich weiß auch nicht genau, ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht dran, ich bin nicht. Ja, ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht. Ich habe die gab's geschoben mit, ich bin schon, es war nicht, ich war nicht, ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht. Ich bin nicht vor viel, ich bin nicht. Jetzt kommt mirerealn auf. Welche Sieg-Uhr-Vorrentz wird und reguliert mit Sieg? Aber jetzt... Ja, scheiße, aber scheiße. Aber jetzt... Ballerlebens kommt... Wenn die Ballerlebens so ein bisschen krass nimmt, könnte das doch in der Karriere. Ich hab's nicht gefühlt. Wir haben keine. So, lass uns hier in Beobacht, damit wir erzielt rein. Ja, die Schreiner sieht nicht schlecht aus, oder? Die Wicht ist ja alles. Wie wird das hier an der Seite abbrechen, ja? Ihr müsst nicht gestorben, denn hier haben wir gestorben, hier... Er hat nicht gewonnen. Haben Sie welche von vorne, oder, Jungs? Aber er hat auch nicht gewonnen. Hier gewinnt jeder dabei sein, das alles. Ja, also einen großen Applaus für die Bode, die jetzt auch nicht als erstes ins Ziel bekommen haben, weil sie trotzdem... Und trotzdem gewonnen haben. Zurzeit sind hier irgendwie mehr Leute im Wasser als auf dem Boden. Also mit den Schlaufen bitte mal ein bisschen aufpassen, weil das wäre nicht so schön mit ihm vorhin rüber. So, die Siegerbote bitte alle zum Start. Und ich hab noch eine Info an unseren jungen Gesellen. Er muss ja auch wieder zurück. Er glaubt doch nicht, dass er da auf der anderen Seite bleibt. Seine Freunde sind alle hier. Wo ist der Hörner Wind? So, die Boote zurück. Also ich würd' mal sagen, dass... Die Rennen jetzt würden wir machen. Äh... Die Wiergang Kadler aus Davids. Das Boot Gisela. Die Firma First mit dem Projekt 2014. Und das Boot Scheiß drauf. So, die Boote alle mal ein bisschen zurück. Es war ein schönes Bild, wenn ihr alle auf meine Augen seid. Aber wir müssen ja den Finallauf noch machen. Ja, wir machen den Finallauf noch. Ihr seid dabei, ja. So. Bist du noch einmal lang? Tut mir leid. Amen. So. So, dann könnt ihr gleich nochmal durchsagen.